Hallihallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Let's Play Warframe. Lange ist es her, dass ich aufgenommen habe. Vier Wochen ist es her, dass ich aufgenommen habe. Zwei Wochen, dass ihr ein letztes Video von mir sehen konntet. Insane. Wie auch immer, heute spielen wir wieder. Wow. Wow, was eine Ansage. Wer hätte das erwartet, dass wir heute spielen würden, obwohl ihr ein Let's Play Warframe angeklickt habt? Dicker, was? Willst du mich fliegen? Ich habe diesen grandiosen Kommentar bekommen. Ich solle mal Lua Spionage ausprobieren. Das dachte ich mir gestern im Stream. Okay, probieren wir einfach mal aus. Es ist richtig kacke gelaufen. Und ich finde, das probieren wir einfach nochmal aus. Jetzt, wo ich hier die Ruhe habe, weil es ja nur ein Let's Play ist und kein wichtiger Stream. Wir probieren einfach mal Pavlov hier aus. Spionage auf Lua. Es wird richtig scheiße werden. Aber das ist egal. Denn das einzig Wichtige ist die Meldung, Planes of Eidolon kommen bald raus. Innerhalb der nächsten 10 Tage oder so. Wahrscheinlich sogar mittlerweile weniger. Innerhalb dieser oder der nächsten Woche kommt Planes of Eidolon raus. Das ist einfach nur geil. Und ich werde das durchzocken. Ich werde das richtig wegböllern, diese neue Map. Ich habe so Bock. Ich habe so Bock. Und ich versuche auch so viel davon wie möglich zu streamen. Dann können wir auch zusammenzocken. Ich habe wirklich richtig Bock auf Planes of Eidolon Update. Aber jetzt probieren wir erstmal hier Spionage. Weil ich fand das hier wirklich richtig, richtig geil, die Map. Also ich fand das sehr, sehr spannend. Auch wenn ich es nichts geschafft habe. Ich habe wirklich, ich habe diese Map hier nicht einmal hinbekommen. Ich habe nicht eins dieser Aufgaben geschafft. Aber ich möchte es einfach trotzdem mal versuchen. Weil ich, ja, also ich liebe halt die Spionage ein bisschen. Weil das finde ich irgendwie persönlich die coolsten. Von den Ideen, die sie hier haben. Und das schaut halt, probieren wir einfach mal aus. Auch wenn es überhaupt richtig, also wenn es auch richtig kack gelaufen wird. Allein dieser erste Part hier, ja. Den habe ich einmal bisher erst geschafft. Perfekt. Weil der manchmal einfach nicht. Also meiner Meinung nach ist das ein Bug. Also ich, oder es ist halt einfach nicht gut. Gut geschrieben. So, wenn ich hier mich dran halte. Okay, das war jetzt einfach kacke. Wenn ich zu früh rechtsklick drücke. Dann hält der sich nicht dran, sondern slide daran vorbei. Und das finde ich einmal nur kacke. Also für die, die nicht wissen, was man hier machen muss. Was, was die, die Minderheit sein wird. Man muss hier quasi sich immer an diese blauen Dinger festhalten. Diese sind blauen Dingern. Dann runterfallen, tilten und das Spiel schließen. Nee, also eigentlich hier dran festhalten. Dann den nächsten festhalten. Dann den nächsten festhalten. Ähm, dann immer auf diesen Knopf schießen. Und dann wieder an dem nächsten festhalten. Dann wieder auf den Knopf schießen. An dem nächsten festhalten. An den Knopf schießen. An den nächsten festhalten. Auf den Knopf schießen. So, jetzt haben wir den ersten Part geschafft. So, jetzt, ab jetzt kann man wird resetet. Weil wenn man es nicht schafft. Also wenn man hier darunter fallen würde. Dann müsste man wieder nach unten. Und wieder ganz von vorne anfangen. Aber, jetzt kommen wir zu dem Part, den ich noch nie hinbekommen habe. Das ist einfach ein Grund, dass ich es nicht verstanden habe. Also ich muss quasi, glaube ich, wieder die verschiedenen Pünktchen, also die Dinger durchgehen. Aber ich habe nur richtig wenig Zeit. So, wir warten jetzt, bis das Laser-Ding vorbei ist. Halten uns fest. Schießen da drauf. Gehen auf das nächste. Und ich glaube, das zählt. Wir haben es geschafft, oder? Oder haben wir es abgebrochen? Wir haben es abgebrochen. Ich hätte noch auf eins kommen müssen. Shit. Ich hätte noch eins mehr schaffen müssen. Aber ich hatte halt Angst, dass das Ding mich halt jetzt trifft. Und ich müsste halt auf diesen Knopf dann treffen. Also wenn ich da dran bin, muss ich diesen Knopf treffen. Aber den habe ich gerade nicht gesehen. Dann wollte ich runter, statt den Alarm auszulösen. Shit. Vorbeigejumpt. Und jedes Mal, wenn du halt runterfällst, musst du von vorne beginnen. Fucking annoying. Dann beginnen wir jetzt diesmal oben drauf. Und slide einfach nur runter, weil es sich nicht festgehalten hat. Das meine ich halt. Das finde ich irgendwie dumm. Hier, und wieder auf den Laser. Ich finde gut, dass der Laser eine Reichweite hat. Obwohl doch... Ja, zum Beispiel das so. Da konnte ich jetzt nichts abschießen. Weil mein Blickfeld einfach falsch war. Das finde ich halt so ein bisschen annoying. Ich weiß, dass ich Titania habe und ulten könnte. Deshalb habe ich ja Titania mitgenommen. Aber die Ult kostet, glaube ich, zu viel Mal, um das hier sinnvoll zu schaffen. Deshalb will ich die Ult für eine der anderen Karten quasi. Also für eine der anderen B oder sowas halt aufheben. Weil da gibt es halt eins, wo man... Weil man nach noch eher fliegen sollte. Wahrscheinlich ist es dumm, dass ich nicht einfach ulte. Aber was will man auch von mir erwarten, so? Huh! Bin ich ja fast reingejumpt. Ach, fliegt einfach. Kommen wir hier gar nicht weiter hoch. Ich hätte gehofft, einen besseren Absprungwinkel zu schaffen. Aber ich glaube, der Winkel ist eher schlechter. Viel schlechter. Und da komme ich halt jetzt noch nicht hoch, dummerweise. Ich muss es halt hier diese scheiß Jump and Run schaffen. Und wie ihr wahrscheinlich schon wissen könntet, bin ich sehr, sehr, sehr schlecht in Jump and Runs. Der Knopf, der Knopf, der Knopf. Fuck, fuck, fuck. Mann! Okay, ich habe es aktiviert. Was muss ich jetzt tun? Okay, also das ist nicht mehr drin. Muss ich jetzt hier weiter? Ich schätze, ich muss hier weiter. Aber was muss ich hier tun? Muss ich da rein? Sollte ich da lieber nicht rein? Hm, hier kann ich nichts machen. Hier komme ich nicht weiter. Aber ich muss eigentlich dort durch. Aber das funktioniert ja auch nicht. Richtig, hier ist noch zu. Und die Tür dort, wahrscheinlich auch irgendwie hier noch zu, die hier hinten war. War da überhaupt einer? Egal, da komme ich safe auch nicht. Ich muss bestimmt das hier aktivieren. Kann das sein? Ich hoffe, ich musste das aktivieren. In jeden Fall bin ich jetzt wieder in der zerstörten Version. War das jetzt eine richtige Entscheidung? Oder die falsche Entscheidung? Ich meine, ich komme jetzt nicht mehr zu A zurück. Also war das vermutlich die falsche Entscheidung. Weil A ist jetzt wieder kaputt. Und da ist so ein Ding, was piepen wird und alles kaputt machen wird, wenn ich es aktiviere. Aber ich will nicht den ganzen Weg nochmal machen müssen. Ich kann den nicht abknallen, weil ich den nicht one-shotte mit der Waffe, die ich jetzt habe. Wo könnte ich hin müssen? Muss ich hier überhaupt was machen? Oder muss ich in dieser falschen Version quasi was machen? Also es ist halt für mich fast blind. Ich habe nur das, was ich im Stream erfahren habe, gewusst. Und bis hierher kam ich nie. Deshalb hat man mir nie gesagt, was jetzt passieren müsste. Ja, was ich jetzt machen müsste. Hm. Sieht nicht so aus, als ob ich hier irgendwas machen könnte. Tatsächlich. Er ist expected. Aber dort ist halt so ein Ding. Kann man das nicht irgendwie benutzen? Also könnte ich da vielleicht jetzt hinkommen? Wo bin ich jetzt schon wieder? Hier bin ich wieder. Also ich könnte doch vielleicht irgendwie zu dem Teil kommen und dann wieder in das andere State wechseln. Aber es sieht halt auch nicht so aus, als ob es klappen würde. So. 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 die dinge kaputt schießen geht auch nicht was muss man machen ich weiß es nicht ich bin halt jetzt irgendwo ich glaube dass man ja was machen muss uns gäbe es das ja nicht oder nicht aber ich weiß nicht was ich würde sagen lol sieht er mich nicht die könnte er mich nicht gesehen haben immerhin ist alles hier noch aktiviert dabei sind nichts verloren an dem fortschritt durch das versuch wird sagen ich laufe der ist rein und löst die falle aus also sagen wir es so es ist kein alarm ausgelöst worden ich habe alle türen geöffnet ich kann einfach hinlaufen mein gott bin ich dumm ja ich habe was geschafft nice alter sieht schon geil aus so jetzt gucken wir mal was passiert wenn wir hier durchgehen dann sind wir in der kaputten version hier vorne das sieht echt cool aus okay dann gehen wir mal auf zum zweiten versuch b ich hätte nicht gedacht dass wir es schaffen tatsächlich in dem let's play ich hätte es einmal mir nicht zugetraut muss ich leider echt zugeben ich habe mich für zu schlecht dafür aber musste ich den alarm da auslösen hätte ich einfach durchgehen können wahrscheinlich musste ich es auslösen also den nicht den alarm aber halt diese das ding ich bin mir das nochmal im replay quasi an also meine aufnahme ob man das irgendwie sehen konnte und sonst hoffe ich wie immer auf eure kommentare da ihr einfach viel intelligenter seid oder auf jeden fall diesem spiel mehr wisst als ich also ich bin nicht wir werden jetzt nicht seinesens beginnt seid ich meine ja ich hoffe ich verstehe was ich meine ah und da fliehen die dislikes rein ich freue mich drauf so okay die map meinte ich wo ich fliegen will okay wir müssen wir müssen darüber ohne den alarm auszulösen und das werde ich ohne fliegen eigentlich schaffen weil das kann man ohne fliegen ziemlich gut schaffen so dann gehen wir mal rein so jetzt ist hier tatsächlich die frage was muss ich machen also ich kann einfach das habe ich im stream rausgefunden hier hochklettern das ding auslösen und durch diese tür das war dumm also ist die frage noch viel eher was muss ich hier eigentlich machen also ich muss schon in diese richtung da drüben laufen ich muss erst nach da drüben weil wenn ich jetzt hochkomme komme ich einfach nur dahin wo ich schon war da will ich ja gar nicht hin so an die wand kann ich nicht da hinten kann ich tatsächlich versuchen hier die laserplatten kaputt zu schießen damit die mir ein wenig bisschen weniger probleme bereiten wenn ich daran vorbeikomme denn alarm auslösen ist nicht cool what the fuck warum bin ich da jetzt runtergefallen dauer riecht gut als spieler auf jeden fall schön von einem elektroschock zum nächsten gewandert erstmal wieder die die so gut dass man unsterblich wieder anfängt aber ich gönne mir das doch einfach direktes nochmal das ist ja ein richtig guter spieler hier der hier vor dem kapitel sitzt und dem ihr euch zu dem ihr zuguckt war ja leicht close mal falls ich den rückweg mitmachen muss kann ich ja schon mal hier die laserplatten mit weg böllern das darf ich auch nicht berühren doch das darf ich berühren aua 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 au alter warum fällst du da immer runter du dreckiger was für ein schlechter spieler einfach aber ich bin jetzt kurz unsterblich oder so jetzt bin ich hier drüben toll und ich hab nur mein carrier dafür verloren ich meine das ist doch okay so jetzt bin ich hier drüben und jetzt weiß ich nicht mehr wie es weiter geht ab jetzt fehlt mir die idee was ich machen muss denn die tür hier ist zu natürlich also gut muss man immer machen so die tür da ist zu ja da komme ich nicht durch weil komme ich mit meiner oh je tante wenn ja muss ich da durch so ist das eine falle muss ich diese falle auslösen oder nicht wahrscheinlich muss ich sie auslösen in der letzten muss ich ja auch die falle auslösen ich dachte vielleicht sind das gar keine fallen in dem sinne sondern sachen die man machen muss das wäre möglich denn die einzige richtung die es jetzt hier noch gibt ist wieder zurück und da kommen wir ja nur dahin wo wir ganz am anfang schon waren nämlich an den start und das ist ja nun wirklich kein ziel wo man hin will also bleibt uns nur übrig hier mal reinzulaufen und zu gucken was passiert okay wir haben auf die weise jetzt die hat die todeskugel 2 leben die ist einmal tot und einmal lebt sie und deshalb explodiert sie da backt doch mal wieder was jetzt muss ich warten bis das hier ausgeht geht nicht aus oder ich muss da drauf laufen dann geht's aus und dann muss ich ganz schnell hinkommen alter dass er da noch landet der wichser und dann bin ich drin nice ich hab schon wieder war da kurz ne mission geschafft ich hab die b auch alter ich bin ja richtig gut ich hab's ja schon rausbekommen power nice und ich mach das natürlich nicht mit titania weil ich Leute das ist einfach eine glas schalke die man fast nicht sieht ähm weil ich das ernsthaft machen will also so wie man's macht und nicht ja aber cheating ja cheating machen andere leute ich hab titania nur ausgewählt für den besseren ähm für den besseren dash ist ja klar titania hat gar keinen besseren dash oder das war der andere egal hab ich trotzdem gemacht und dann war's halt falsch i don't give a fuck what are you thinking i don't even know what you are can you ever be seen bla 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 in ähm in the circle of life ich weiß nicht so genau wie das so geht außer sind so viele lücken drin da 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 alt ich bin so ein guter singer in the circle of life glaubst du geht das song wirklich ne egal ich sing ihn trotzdem so wir looten natürlich diesmal wollen wir die mission ja sogar schaffen weil selbst wenn wir C jetzt nicht schaffen haben wir die mission geschaffen deshalb muss auch gelootet werden und natürlich auch für die mana für die ähn titania ult die wir nicht benutzen werden. Könnte man das nicht eigentlich ziemlich easy mit Mirage machen? Nee, nicht mit Mirage. Wie heißt der Warframe? Also zum einen kann man das nicht easy mit Warframes machen, die sich teleportieren können? Oder dieser Warframe, der sich in den Wift setzt? Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich hab den sogar, aber ich hab ewig... Sorry, ich hab halt gerade lange nicht Warframe gespielt, deshalb fährt mir der Name nicht ein. Es tut mir wirklich leid. Is it too late? To say sorry! Okay, wir machen C jetzt. Wir haben ja auch nicht ewig Zeit. Ich dachte wirklich, dass das hier alles deutlich länger dauern würde und dass ich das viel härter schneiden müsste. Ich dachte, das ist so eine Stunde, dass ich hier dran sitze an dieser Mission. Aber wird einfach nicht. Oh, 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 oh. Ey, wir haben noch... Wir haben noch ein C. C hab ich noch nie gemacht. Ich hab immer nach A und B bisher abgebrochen, nachdem ich die nicht geschafft habe. Deshalb weiß ich nicht, was C überhaupt sein kann. Oh nein. War das ein Okulist? Diese dreckigen Ratten. Wo ist Spawn die? Wo ist der Spawn? Und die von hier oben? Egal, wir rennen einfach nur vorbei. War das ein Okulist gerade? Das sah aus, wie irgendwas unsterblich ist. Und ich hasse Okulisten. Da ist der Spawn. Dreckige Ratten, ey. Wirklich eine Erfindung. Ich hätte Warframe auch ohne diese Erfindung spielen können. Was ist das denn? Ich ignoriere das einfach. Komm. Ich weiß drauf. Ich muss da durch. Fuck, ich kann das nicht einfach ignorieren. Hey, aber ich hab einen Spawn kaputt gemacht. Kümmert euch die um andere Leute, ey. Hier ist noch einer, Alter. Und da spawnt sogar noch einer, dieser dreckige. Nein, 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 nein. Ich hab euch gerettet, Mann. Ich hab euch in eurer Arbeit abgenommen. Warum wollt ihr mich dafür töten? Ich finde, der Fokussound ist viel zu laut. Der erschreckt mich sogar regelmäßig. Voll verglichen mit dem anderen Gamesound, meine ich. Ist jetzt laut. Hier ist noch einer. Wie viel von euch spawnen hier eigentlich? Muss man da eigentlich drauf schießen, oder reicht es drauf zu laufen? Was? War's das jetzt mal mit euch, Ratten? Ich hab echt keinen Bock, aber wir haben jetzt genug Maler für unsere Ult. Also, falls ich die jetzt benutzen will. Natürlich nur im absoluten Unfall. Dann könnte ich das sinnvoll sogar tun. Sogar sinnvoll tun, würde ich sagen. Is it too late now to say sorry? Ich glaub, ich hab dieses Lied noch nie komplett gehört. Und das find ich auch gut. Aber was will man machen? So, C. Es ist wahrscheinlich nicht so einfach, dass ich einfach hier drin rüber kann, oder? Vermutlich nicht. Also, ich muss jetzt erstmal so einen Riftwalk hier finden. Da ist schon mal einer. Aber es sieht nicht so aus, als ob ich in dieser Version der Welt... Doch, sieht so aus. Okay. Wir sehen mal aus. Dann sind wir jetzt im Start, oder wie? Wir wissen ja sogar, wo wir hin müssen. Ist definitiv nicht so einfach, wie es aussieht. Du musst doch bestimmt nicht einfach nur da hinlaufen, oder? Das ist eine Scheibe. Natürlich ist das eine Scheibe. Es wäre auch zu schön gewesen. Immerhin gibt es hier keine Drohnen. So, das ist ja das, was ich am meisten hasse in den Spionage-Missionen anderer Gattungen. Das sind die Drohnen. Okay, hier komm ich auch nicht durch. Gut. Nun. Gibt's hier irgendwo einen Knopf? Vielleicht gibt's da einfach einen einfachen Weg. Vielleicht muss ich hier nicht... Das ist kein Knopf, was. Vielleicht muss ich hier nicht hier durch. Wenn ich da jetzt nur theoretisch in die Nähe gehe, öffnet es sich. Aber es sieht nicht so aus, als ob ich da hin muss, oder? Das sieht nicht so aus, als ob ich da will. Das ist nur Loot, glaube ich. Nee, das ist ein Knopf. Also, keine Ahnung, ob ich hier hin muss. Aber auf jeden Fall komme ich easy rein. Okay, dann gehen wir hier mal wieder hin. Und lösen den Knopf aus. Und gehen wir wieder. Okay, dann haben wir immerhin schon mal den Gutraum gefunden. Das ist doch ein Anfang. Lol. Das sah crazy aus. Okay. Kann man nix machen. Also muss ich offensichtlich hier lang. Nur keine Fallen auslösen. So, hier macht man safe dasselbe. Genau, wieder Knopf anschießen. Oh, nein. Nein. No way. I suck. Okay, wir versuchen es. Shit. Es wäre so geil, hätte ich es geschafft. Aber okay. Wir versuchen es einfach. Es ist unwahrscheinlich. Aber we can't try so. Es ist halt fucking super unwahrscheinlich. Ich meine... Es ist halt einfach ultra weit, was man machen muss. Ich weiß ja nicht mehr, was man machen muss. Muss ich hier überhaupt lang? Ich glaube nicht. Ja, okay. Wir schaffen es nicht. Schade. Oh, ich will es auf jeden Fall nochmal versuchen. Ich komme hier nicht mehr wieder raus. Ah. Echt dumm von mir, dass ich das ausgelöst habe da. Aber egal. Ich kann dich nicht abknallen. Was ist eine asoziale Kacke. Hey, was ist jetzt passiert? Gar keine Ahnung, was ich hier hätte machen müssen. Also ich fände cool, ich hätte hier durchgekonnt. Lol. So muss man hier lang. Man wartet, dass es kaputt geht. Also man muss dann wieder raus in das Kaputte. Dann hier rüber. Und hier muss man dann wahrscheinlich wieder rein. Was ist das? Hier muss man dann wahrscheinlich wieder rein. Lol, Alter. Ich mache C hundertprozentig nochmal. Also jetzt gehe ich erstmal raus. Extraction. Und jetzt habe ich C. Oh, ich habe es halt sogar gefunden. Ach, unlucky. Also ich, okay, ich könnte es schaffen. Okay. Also wir machen, wir machen es nochmal. Aber nicht heute. Wahrscheinlich versuche ich es im Stream nochmal. Aber das finde ich super cool. Es macht echt Spaß, die Sachen rauszufinden. Aber ich finde halt an Spionage, es ist halt dann redundant. Wenn du es nochmal, also vielleicht macht es noch einmal dann vielleicht. Keine Ahnung. Aber spätestens nach dem fünften Mal ist halt Spionage immer das, es ist halt immer dasselbe. Dann macht es halt irgendwann auch nicht mehr so besonders viel Spaß. Aber ich habe es allein, fast komplett alleine. halt nur mit so ein bisschen Anfangshilfe, was man ungefähr machen muss, habe ich herausgefunden, was hier funktioniert. Und dann habe ich C leider verkackt. Das ist ein bisschen sad. Leider. Ja. Schade, aber damit kann ich umgehen. Ich habe nämlich die Mission geschafft. Und das ist schon geil. Damit fehlt mir in Lua nur noch eine Mission, bis ich auch Lua mal fertig habe. Richtiger Profi einfach. Okay, aber wir haben irgendeine Scheiße. Aber das ist egal. Denn das einzig Wichtige hier war nicht der Loot, sondern der Weg zum Loot. Das ist die ganz bekannte Abwandlung von der Weg ist das Ziel. Ja. Nicht der Loot, sondern der Weg zum Loot. Also vielen Dank, dass ihr es zugesehen habt. So kurz wie diese Folge ist, habe ich wahrscheinlich gar nicht viel geschnitten. Ich wünsche euch trotzdem, oder warum eigentlich trotzdem? Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag, Freitag oder was auch immer für ein Tag für euch gerade ist. Wir sehen uns bestimmt wieder. Ja, also wenn ihr Bock habt, wir sehen uns safe wieder. Ihr könnt mich adden, wenn ihr wollt. Das fragt man mich ja häufig. Einfach just do it so. Ähm. Ja. Kommentieren nicht vergessen. Und dann ciao, ciao. La 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 la. Ich weiß nicht, was das für eine Melodie ist und warum ich sie singe. Ich schneide das einfach raus. Also wisst ihr gar nichts davon. Ihr Noobs. Nuhuhuhups. In dem Sinne. Auf Wiedersehen.